Ich muss einmal auf den Gegenverkehr achten, wenn du zwei bausträchtig bist. Ist gut, fein. Na, fein. Na, komm. Na, komm. Na, lass mal. Ist gut. Na, komm. Na, komm. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ich lass dir den Stuhl weg, aber das ist doch nicht. Na, so. Diese Steine können Sie auch hier. Die haben Sie auch, aber da kann ich hier richtig noch mehr. Ja. 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 Da hab ich ja auch schon gedacht. Du weißt dann hier nicht wer und wer. Ja, schöne Fahrt gehabt. Schöne Ausflug. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Natalia noch. Ja. Ja, komm. Ja. Oh, gelbes Wätschen kommt. Ja, fein. Ja, fein. Fein. Ja, komm. Ja, komm. Natalia noch. Ja, komm. Na komm. Cruiserin. Na komm. Feine Cruiserin. Die legt sich lieber hin. Die ist zu bequem jetzt. Mein Ohr. Mein Ohr. Ja, ja. Der Fotograf riecht von mir. Oh, oh. Oh, oh. 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 Ah. Der Fotograf. Nein, der wird. An diesem Ende. Ja. Ihr seid ja jetzt beide an diesem Ende. Ah, an diesem. Komm. Oh, das ist gemein. So ist auch so süß das hier. Ja. Sehr schön. Oh, oh. Guck mal, hier. Hast du ja rein gesehen? Ja. Ja. Ganz nach deinem Anfang. Endlich gar nicht so viel. Ja. Hast du keine Ahnung? Nein. Nein. Noi. Das ist schön. Jawohl. Super. Ja. Da kommen wir. Vorsicht, so. Bei dir. Ja. Ja. Jawohl. Nein. 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 Hinter dir ist noch einer, aber er ist denn da? Der kommt. Komm mal, komm mal dazu. Komm mal, lock ihn mal. Tiara, komm du mal zu mir. Tiara prüft. Ja, die guckt, was er... Genau. Die hat sich jetzt irgendwie Herrn Flieder rausgekriegt. Ja, 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 ja. Die hat ihn, weil er irgendwie geht. Okay. Ich geh mal eben zum Auto bitte. Äh, ich komme mit. Warte, ich hole noch was. Komm. Jetzt alle in den Büsch. Na, guck. Ich geh' nicht nach oben! Wie ist hieráfic? önemli Trigger Wir gehst nach oben! Nein, wenn es hier einfach fais. Da bin ich mal klar. Wenn die wirklich ... 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 Ich bin ganz ehrlich, ich würde den Zaun machen. Das ist sein Zaun. Ja, der Klima würde ganz hoch machen, zwei Meter in Serie. Naja, die meisten lassen sich von 61 ganz gut abhalten, aber so eine wie Jojo auch nicht.